Hallo, Nana Sturm hier auf dem Kanal MatriWissen und heute gibt es hier wie angekündigt einen Auszug aus einem Buch aus dem Christel Göttert Verlag. Erschienen ist dort von Claudia von Werlhof über die Liebe zum Gras an der Autobahn. Ja, das ist ein Vortrag, den ich euch hier vorlesen möchte. Gesellschaft als Kriegssystem und die Folgen, ja natürlich aus aktuellem Anlass und leider könnte ich das ja jederzeit sagen. Kurz zur Person. Claudia von Werlhof wurde 1943 bei Berlin geboren. 1982 gebar sie ihren Sohn Götz. Seit 1988 war sie Professorin für Frauenforschung und Politikwissenschaft an der Universität Innsbruck. Mittlerweile ist sie emeritiert. Davor war sie wissenschaftliche Assistentin an der Fakultät für Soziologie der Universität Bielefeld. Sie hat Soziologie studiert und Volkswirtschaft in Köln. Empirische Forschung führten sie nach Lateinamerika. Sie ist Mitbegründerin der internationalen Frauenforschung, Aktivistin gegen die neoliberale Globalisierung und sie ist die Gründerin des neuen interdisziplinären Paradigmas der kritischen Patriarchatstheorie. Und damit widmen wir uns jetzt dem Vortrag Gesellschaft als Kriegssystem und die Folgen. Zum Thema dieses Symposiums habe ich eine ziemlich große These anzubieten. Sie ist ein Ergebnis meiner Forschung in vieler Jahre, korrespondiert aber mit den Bemühungen anderer Frauen im Bereich Frauenforschung und kritischer Patriarchatsforschung, sowie mit denen einiger Männer, die inzwischen ähnliche Fragen stellen. Auch aus der neueren Patriarchatsforschung kommen Erkenntnisse, die in dieser Hinsicht von besonderer Bedeutung sind, nämlich wenn wir uns ansehen, was es aus einer zivilisationsvergleichenden Perspektive eigentlich heißt, dass Krieg, Not und Katastrophen weltweit ins Unermessliche wachsen. Sie sind es, die das Wachstum von heute ausmachen. Wir müssen uns langsam fragen, woher das eigentlich kommt. Allein die Tatsache, dass die Opfer von Kriegen inzwischen vor allen Dingen die Zivilbevölkerung betreffen, und das sind zu 80 bis 90 Prozent Frauen, Kinder und alte Menschen, ist ja noch gar nicht interpretiert worden. Aber auch die Tatsache, dass alles, was passiert ist im letzten Jahrhundert, eigentlich das Gegenteil von dem ist, was angeblich passieren sollte, muss ja einmal ernst genommen werden. Zum Beispiel Unterentwicklung statt Entwicklung, die großen Weltkriege und auch danach immer mehr Armut und immer mehr Krieg statt immer weniger Armut und Krieg, kein Ende von Konflikten und kein Weltfrieden, keine Einhaltung der Menschenrechte und keine wirkliche Dekolonisierung. Im Gegenteil, es ist genau umgekehrt. Alle Probleme nehmen zu und der Krieg wird inzwischen für immer mehr Menschen zum Alltag. Es gibt seit den 70er Jahren den Begriff der Low-Intensity-Warfare, also der Kriegführung niedriger Intensität, gewissermaßen des Krieges auf kleiner Flamme. Zum Beispiel Nordirland, Israel, Palästina, danach Afghanistan, heute vom Balkan bis zum Irak. Das hindert diejenigen, die diese Art der Kriegführung organisieren, allerdings nicht daran, inzwischen auch zu operieren mit Atomara und nanotechnologischer Verseuchung durch abgereichertes Uran, das in vielen Dauerkriegsschauplätzen in den abgeworfenen Bomben steckt und das durch deren Explosion zur großflächigen Umweltverschmutzung der Luft, Böden und Gewässer führt, also die Kriegsfolgen buchstäblich verewigt. Kriege sind wieder in. Die neoliberale Politik ist Kriegspolitik weltweit. Das ist kein Zufall, denn sie hängen zusammen mit der sogenannten Sicherheit der Versorgung mit Ressourcen, wie Wasser, Öl und anderen Bodenschätzen, sodass schon geopolitische Gründe, also Ressourcen, Abbaupläne und Transportfragen, zu Kriegen führen, die uns allerdings meistens anders erklärt werden. Angeblich wird ja dabei der Terror oder gar die Frauendiskriminierung wie in Afghanistan bekämpft. Ich finde die Situation auch ohne Kriege inzwischen ziemlich dramatisch, denn die Natur hat angefangen, auf unser Handeln zu antworten. Ein Ökologe hat mir gesagt, dass die Natur rund 60 Jahre braucht, um auf das zu reagieren, was wir Menschen machen. Das heißt, wir befinden uns jetzt quasi erst in der Nachkriegszeit, nämlich im Jahre 1947. Das, was wir seitdem weltweit angestellt haben, kommt überhaupt erst noch. Ein Tsunami wird es werden. Außer alldem findet auch noch eine globale Plünderung statt, eine Verwüstung des Globus im Namen des Profits. Tiere, Pflanzen, Landschaften und Menschen gehen daran ein. Auch aus diesem Grunde müssen wir endlich herausfinden, was das für eine Gesellschaft ist, die in beinah jeder Hinsicht zum Gegenteil dessen führt, was sie immer ankündigt. Wieso eigentlich wird das Leben in unserer Weltgesellschaft ständig liquidiert, flüssig gemacht, nämlich in Geld, Kapital, Waren und Maschinerie verwandelt? Das Leben scheint das jedenfalls nicht zu mögen. Ich betrachte daher das, was geschieht, inzwischen nicht mehr nur als Kollateralschaden, sondern als Ausdruck einer veritablen Zivilisationskrise. Einer Krise, die mit nichts Geringerem als der Weltzerstörung zu tun hat. Und es gibt dafür keine offizielle Erklärung. Jedenfalls hat die Moderne keine Erklärung dafür anzubieten, dass sie zum Gegenteil dessen führt, was sie angekündigt hat. Politiker, Intellektuelle, Wissenschaftler. Niemand weiß, warum. Obwohl sie es dauernd messen. Denn im Messen sind wir gut. Aber was heißt es denn, wenn sich Ökonomie und Soziales oder Ökonomie und Ökologie grundsätzlich widersprechen? Wir müssen also anfangen, Konzepte zu finden, mit denen wir diese Entwicklung auch als längerfristige in den Blick bekommen. Sie müssen uns vor allen Dingen dabei helfen, in Erfahrung zu bringen, was angesichts der heutigen Situation zu tun ist. Möglichst noch bevor ein Kollaps eintritt, den zum Beispiel der Physiker Hans-Peter Dürr inzwischen für eine ausgemachte Sache hält. Mein Vorschlag dazu ist ein erweiterter Kriegsbegriff. Ein Krieg bricht nicht aus wie ein Vulkan, sondern Kriege sind eiskalt geplante Gewaltakte, die eine umfassende Organisation brauchen und nichts mit irgendwelchen Gefühls- oder Naturkatastrophen zu tun haben. Kriege hängen zusammen mit technischen, politischen und ökonomischen Kalkülen. Stichwort militärisch-industrieller Komplex. Sie hängen zusammen mit der Verfügung über ökonomische Ressourcen bzw. dem Mangel an solchen. Der Krieg ist damit nicht nur die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln, was Karl von Clausewitz, der preußische General und Militärtheoretiker, gesagt haben soll, sondern es ist umgekehrt. Politik ist vor allem die Fortsetzung des Krieges mit den gleichen und anderen Mitteln. Der Krieg findet auch alltäglich sowie in den Köpfen statt. Alle möglichen Leute beteiligen sich an ihm. Politikerinnen, Unternehmerinnen, Wissenschaftlerinnen, Medienleute, Kirchenleute. Sie versuchen alle, einen Feind auszumachen, anstatt die wahren Ursachen, nämlich die Gründe für ihre eigene Feindseligkeit der Welt und dem Leben gegenüber zu untersuchen. Kriege haben wir keineswegs immer schon, sondern erst seit wir Patriarchate in der Welt haben. Ungefähr vor 7000 Jahren fing der Krieg an. Er bestand zunächst einmal in der Eroberung friedlicher, also unbewaffneter, matriarchaler und das heißt nicht Frauenbeherrschter, sondern herrschaftsfreier, egalitärer Gesellschaften in aller Welt. Zum Beispiel auch in Mesopotamien, dem heutigen Irak. Da scheint, was unseren Teil der Welt anbelangt, das Ganze angefangen zu haben und es scheint dort auch wieder zu enden. Denn nach dem Irakkrieg, wenn er denn irgendwann ein Ende haben sollte, wird dort sicher nie mehr jemand Krieg führen wollen. Dem Krieg auf dem Fuß folgte schließlich die Staatsbildung, meistens in despotischer Form. Das beobachten wir die ganze Antike hindurch. Die antiken Weltreiche waren diejenigen, die den Staat als Herrschaftsform auf Dauer in Fortsetzung des Eroberungskrieges etabliert haben. Dies war eine völlig neue Form der gesellschaftlichen Organisation im Vergleich zu dem, was bis dahin in der Welt üblich war, soweit wir das wissen, nämlich gerade herrschaftslose, ja, staatsfeindliche Organisationsformen von Gesellschaft. Der Staatsbildung als der Fortsetzung des Krieges im Inneren der eroberten Gesellschaft folgte die Ausdehnung des Territoriums durch weitere Kolonisierung. Auch das ursprünglich matriarchale Alteuropa ist kolonisiert worden, und zwar durch berittene und bewaffnete kriegerische Invasoren, Völker aus den Steppen Asiens, die sogenannten Kurganleute. Zur Staatsbildung haben diese Eroberungen anfangs noch nicht geführt, aber doch zur Störung, zur Zerstörung der alten Ordnungen. Mit der Kolonisierung Europas durch die Römer wurde das anders. Mit ihnen kam auch ihre Staatsreligionen, das Christentum. Die Zwangschristianisierung und Feudalisierung Europas nahm ihren Lauf. Erst dann gab es neben dem Aufbau von politischer Macht und Herrschaft auch den Aufbau eines Zentralstaates in unseren Breiten. Man kann sagen, dass ab dem 11. Jahrhundert eine Zentralisierung der Macht angestrebt wurde, um eine Art zweites römisches Reich zu errichten. Die ersten Institutionen, die dazu überregional tätig wurden, waren die katholische Inquisition und ein mit dieser kooperierender weltlicher Arm. Auf der Basis des organisierten Terrors von oben, der von der Erfassung der Bevölkerung über das peinliche Verhör, die oft jahrelange Folter und den manchmal jahrzehntelangen Kerker bis zum Flammentod von Millionen Menschen reichte, wurden erst die sogenannten Ketzer und dann vor allem Frauen als sogenannte Hexen verfolgt und vernichtet. Die Unterwerfung der Bauern und Bäuerinnen, Handwerker und Waisenfrauen dauerte insgesamt 600 Jahre lang. Damit wurde das vorpatriarchale Erbe Europas weitgehend vernichtet, die Bevölkerung ihrer Selbstversorgung und Organisation sowie ihrer Produktionsmittel beraubt, auf Dauer in Angst und Schrecken versetzt und geschlechtlich gespalten. Damit war der Weg frei für die neue Ökonomie, den Kapitalismus, für eine neue Wissenschaft, vor allem für die vom Körper und von der Natur und für eine neue politische Organisationsform, den modernen Nationalstaat, der allerdings damals noch kein neues Weltreich europäischer Einheit hervorbrachte, aber die Grundlagen des modernen Weltsystems legte. Die modernen europäischen Nationalstaaten beruhen nach wie vor auf den Institutionen, die aus dem Krieg gegen die europäische Bevölkerung stammen, der Gesetzgebung und Justiz, dem Polizeiapparat und Militär, der modernen Medizin- und Naturwissenschaft, den Sozialwissenschaften und der modernen patriarchalen Kleinfamilie, die auf dem siamesischen Zwilling der modernen Ökonomie fußt, dem Lohnarbeiter und seiner unbezahlten Hausfrau. Den Schrecken der Zerstörung und des Umbaus der europäischen Gesellschaften folgte die Aufklärung. Die Aufklärung ist für mich der Moment, in dem die Vernunft bzw. Ratio überall, auch außerhalb von kirchlicher und weltlicher Herrschaft, nach unten durchgesetzt wurde. Diese Ratio sagt, dass Gewalt normal und notwendig ist und vernünftigerweise akzeptiert werden muss, und zwar gerade auch von denen, gegen die sie sich richtet. Dadurch steht die Ratio nicht im Gegensatz zum Irrationalen der Vormoderne, wie sie sich selbst rechtfertigend behauptet, sondern birgt das Irrationale als die andere Seite der Medaille in sich selbst. Das konnten wir später im Nationalsozialismus am besten erkennen. Die Ratio ist ursprünglich der Kriegslogik zuzurechnen, einer Unterwerfungs- und Beherrschungslogik, einer Zwangslogik, der Logik, die dem Zwingen entstammt. Sie war nun aber nicht mehr nur mit der unmittelbaren Kriegsplanung und Durchführung im Inneren wie im Äußeren sowie mit der christlichen Mission und dem Machterhalt der Kirche verknüpft, sondern sie wurde von nun an auch zum Modell des Alltagshandelns eines Jeden in Arbeit und Technik, Politik und Wissenschaft. Diese Ratio ist zur heiligen Kuh der westlichen Zivilisation und ihrer Bürger und Bürgerinnen als Individuen geworden. Neben dem Kriegs ist also auch der Gewaltbegriff, insofern er zum Krieg gehört, neu zu definieren, und zwar als Gewalt, die nicht einfach im Affekt geschieht, sondern die kalt ist, geplant ist und gewollt wird. Denkgewalt. Auf diese Weise sind die Ratio der Kriegsplanung und die Alltagsvernunft gleichermaßen auf dieselbe Orientierung an der kalten Gewalt als Norm gesellschaftlichen Handelns zurückzuführen. Hier ist das Phänomen Eichmann angesiedelt. Nicht zu vergessen ist, dass zur selben Zeit neben der inneren Kolonisierung Europas die äußere Kolonisierung zunächst Amerikas unternommen wurde. Zur äußeren Eroberung gehört also die innere Hin- und Zurichtung, die anschließend weitere äußere Eroberungen ermöglichte. So hat die Eroberung immer zwei sich gegenseitig bedingende Seiten und der Krieg und die zu ihm gehörende Gewalt nehmen eine Form der Permanenz an. Das sich im Inneren kolonisierende Europa trat also an, auch die Welt zu kolonisieren, nämlich gleichzeitig anderswo die Unterwerfung der bäuerlichen, handwerklichen und weiblichen Bevölkerung zu betreiben, mit prinzipiell denselben Mitteln wie daheim, inklusive der absurden Dämonisierung und Verfolgung indigener Frauen als Hexen. Seit dem langen 16. Jahrhundert wurde durchgegriffen für eine neue Ordnung, nämlich die staatlich Verfasste, in der alles geplant vor sich gehen und von den Unterworfenen als alternativlos eben vernünftig akzeptiert werden sollte. Hier stand die früh patriarchale Staatsutopie eines Platon-Pate. Diese Ordnung sollte nach und nach in allen Bereichen der Gesellschaft durchgesetzt werden. Ich verweise dazu vor allem auf Ivan Illich, der die Analyse moderner Institutionen in einer Weise betrieben hat, die uns zeigt, dass und warum die Letzteren grundsätzlich ganz und gar Unvernünftiges eher das Gegenteil dessen hervorgebracht haben und weiter hervorbringen, was sie angeblich hervorzubringen, angetreten sind. Die modernen Institutionen fingen nämlich an, Monopole für den Umgang mit den Belangen der Menschen zu errichten, für die leiblichen Belange die Medizin, für die Verwaltungsbelange die Bürokratie, für die Erziehungsbelange die Schule. Ivan Illich nennt das Ergebnis kontraproduktiv. Die Medizin macht krank anstatt gesund, die Schule macht Bildung unmöglich, Entwicklung bewirkt Unterentwicklung. Die Experten aus den Institutionen nehmen uns die Selbstbestimmung und Eigenmacht, sowie unsere Gemeinheit, also das, was wir immer noch gemeinsam haben, sodass eine Entmündigung stattfindet anstelle eines Mündigwerdens und eine Vereinzelung als atomisierte Individuen, die ein Zusammenleben, eine Konvivialität verunmöglicht. Aus meiner Sicht ist dieses Ergebnis durchaus gewollt. Nur kann es natürlich nicht als Ziel verkündet werden und diejenigen, die darauf hinarbeiten, können es sich selbst wohl meist nicht eingestehen, eben weil bürokratische Gewaltanwendung eher vernünftig sein soll. Wir haben uns inzwischen an diese angebliche Normalität so gewöhnt, dass wir sie eigentlich gar nicht mehr als Gewalt erkennen oder anerkennen. Die Kinder tun das noch und protestieren eine Weile, doch die Erwachsenen kümmern sich nicht um die Fragen, die darin zum Ausdruck kommen. Widerstand wird wie eh und je gebrochen. Darin sehe ich die Probleme, die wir mit einem wirklichen Verstehen mehr noch mit einem Verändern dieser Gesellschaft haben. Denn der Prozess der Gewalt rückt seit Jahrhunderten, wenn nicht seit Jahrtausenden, von außen immer mehr nach innen, ins Innere vor und führt sogar dazu, dass eine zunehmende Identifikation mit dem Aggressor geschieht. Wenn der Widerstand aussichtslos geworden ist, wie in totalen Institutionen, die keinen Ausgang haben, wird der Widerstand aufgegeben und ein Anpassungs-, ja, Akzeptanzprozess kann beginnen. Das führte zum Beispiel dazu, dass Frauen des 18. Jahrhunderts sich selbst als Hexen beschuldigten, autoritäre Regime begrüßt wurden und werden, Selbsthass und Schuldgefühle wachsen, eine Mimesis, also eine Anverwandlung an Gewaltverhältnisse stattfindet und wir uns selbst in Gewalttäter oder Opfer verwandeln. Die autoritäre Persönlichkeit ist entstanden. Schließlich kommt es sogar zu einer zunehmenden Fetischisierung der Gewalt. Das heißt, die Gewalt wird als Problemlösungsinstrument nun perverserweise sogar von vornherein gewollt und nicht bloß noch murrend für vernünftig oder unausweichlich gehalten. So bewirkt die Kriegsgewalt irgendwann einen allgemeinen Glauben daran, dass sie angewendet werden muss und der Krieg immer die Ultima Ratio für die Beantwortung aller Fragen ist. All dies ist katastrophal, weil es bedeutet, dass sich viele Menschen nicht mehr gegen Gewalt wehren können, sie überhaupt nicht mehr erkennen, es sei denn, sie kommt als heiße Gewalt, als Affektive daher. Ebenso katastrophal sind die Tabubrüche, die nicht nur im Krieg, sondern auch davor und danach geschehen. Alltäglich kommt es zu Verletzungen und Verwundungen, sodass das Kontinuum zwischen Alltag und Krieg nicht mehr durchbrochen, kein wirklicher Friede eintreten und das Schlechtgemachte nie wieder gut gemacht wird oder werden kann. In diesem Drama gibt es entsprechend auch keine Sieger, was inzwischen selbst die Militärforschung zugibt, die sich mit Veteranen beschäftigt, die nicht mehr zurück in die Zivilgesellschaft finden. Denn die Tabubrüche, die etwa mit der Beseitigung uralter Tötungshemmungen begangen wurden und menschheitsgeschichtlich von großer Bedeutung sind, können nicht mehr aufgefangen, geschweige denn versöhnt werden. Der heimgekehrte Soldat erkennt sich selbst als Gewalttäter und kann nichts mehr dagegen tun. Es kann ihm auch nicht geholfen werden, weil die Schuld, die er als Teil der Kriegsmaschinerie auf sich geladen hat, tatsächlich nicht wieder gut gemacht werden kann. Dieses Dilemma wird bei uns nicht erkannt, denn dann müsste anerkannt werden, wie durch und durch gewalttätig unsere Gesellschaften sind. Da die Gewalt jedoch angeblich keine ist, da sie ja Vernunft ist, werden bisher keine Maßnahmen entwickelt, um der Tatsache zu begegnen, dass sie existiert und ungeplante, nicht gewollte und zudem außerordentlich dramatische Nebenfolgen hat. Diejenigen, die mit Gewalt zu Gewalttätern gemacht worden sind, werden jedenfalls anschließend damit alleingelassen. Wir können nur damit anfangen zu verhindern, dass das so weitergeht. Genau diesen Widerstand aber kann die Gesellschaft nicht zulassen, weil sie sich dann selbst in Frage stellen würde. Deswegen nenne ich dieses System, welches schließlich entstanden ist und dessen Durchsetzung und Verallgemeinerung wir heute erleben, ein Kriegssystem. Die Gesellschaft ist als Kriegssystem organisiert. Es ist eine Form der Organisation, die aus dem Krieg kommt und im Inneren weiterwirkt, bis es kein Draußen mehr gibt, wie das Adorno genannt hat. Die Gesellschaft ist dann irgendwann gänzlich wie eine Kriegsmaschine organisiert, bis der Krieg zum reinen Krieg wird, einem Zustand, in dem Ziviles überhaupt keine Rolle mehr spielt und der der Logik des Krieges vollständig unterworfen ist, auch wenn gerade ein angeblicher Frieden herrscht. Mit der neoliberalen Globalisierung erleben wir die Verbreitung dieses Kriegssystems in der ganzen Welt und seine Vertiefung bis hinunter in die Seelen, nun auch die der Frauen und Kinder. Das ist der Moment, in dem wir jetzt endlich eine Bremse ziehen müssen. Es sei denn, wir wollen, dass die Beschädigung des Lebens, unser eigenes und das unserer Nachkommen eingeschlossen, weitergeht und wir glauben, dem nichts entgegenhalten zu können. Warum findet das alles statt? Es ist ja eigentlich völlig irrational und unlogisch, denn die Ratio von Erfassung und Erwerfung und Beherrschung macht nicht nur krank und zwar alle Beteiligten, sondern sie braucht auch einen Grund. Wozu Herrschaft als System ja als Kriegssystem? Das ist menschheitsgeschichtlich ja gerade nicht vorgegeben gewesen, denn es gab die meiste Zeit über und in den meisten Gegenden der Welt wesentlich klügere soziale Ordnungen. Der Grund für unser Dilemma ist das, was ich Patriarchat nenne. Das Patriarchat ist die Tiefenstruktur der gegenwärtigen kapitalistischen Gesellschaft. Ich bezeichne sie als kapitalistisches Patriarchat. Es ist die konkrete Weiterentwicklung einer Utopie, die darin besteht, ein Gesellschaftssystem anzustreben, das sich jenseits der naturgegebenen Ordnung der Naturzyklen sowie jenseits der Frauen bewegt. Patriarchat ist die Utopie von einer männergeschaffenen Schöpfung, einer zweiten Genesis, einem neuen Paradies, das auch ohne Mütter und ohne Natur existieren können soll. Dafür sorgt der technische Fortschritt. Die Neuzeit ist die Phase, in der diese Idee, die so alt ist wie das Patriarchat selbst und bei Platon schon vorkommt, umgesetzt wird in die Realität. Erst in der Moderne soll diese gnostische Jenseitsfantasie, die Flucht vor dem Schrecken, die Patriarchat und Krieg auf der Erde verbreitet haben, beantwortet werden mit einem Projekt und einem Programm der Machbarkeit des Denkbaren, wie Platon sagt. Es ist jenes Denkbare, das gegen das böse Irdische ein gutes Jenseitiges fantasiert, das nun auf Erden auch noch materielle Wirklichkeit werden soll und angeblich kann. Der Sieg des modernen technischen Fortschrittes, dieses alchemistischen Wunderglaubens, besteht darin, dass eine solche fiktive Welt tatsächlich für irdisch möglich gehalten wird. Anstatt also die Beschädigung und Vernichtung der Welt und ihrer Lebewesen zu beenden, wird ihnen eine Alternative entgegengesetzt, nämlich ihre Ersetzung durch eine angeblich machbare Kunstwelt, die nichts mehr mit der realen Welt zu tun hat, ja deren Verschwinden auch noch voraussetzt. Welch ein Lob der Gewalt! Ich nenne dieses Projekt alchemistisch, weil für mich die Alchemie diejenige Wissenschaft ist, die mit der List gegenüber der Natur operiert und schon früh, nämlich bereits in der Antike, die Rationalität der Gewalt gegenüber der Natur und den Frauen als Klugheit, Raffinesse und Fortschritt behauptete. Die Natur wird entsprechend erst als zu überwindende, dann als böse und dämonisch und schließlich als bloßer, lebloser Stoff, in der Tat, das Verfahren meint ja auch wirklich den Tod der Natur, definiert, so dass wir angeblich mit ihr machen können, was wir wollen. Die Natur wird in der Moderne ja nicht mehr als lebendig betrachtet, sondern als Mechanismus oder als Maschine, wie zuerst bei Lametrie und Descartes, die die viel älteren alchemistischen Prinzipien übernahmen und modernisierten. Es ist wie mit den Frauen. Die böse, dämonische, wilde Hexe ist im Laufe des 17. Jahrhunderts langsam verschwunden. Sie ist getötet worden. Jetzt ist sie nur noch Körper, von Korpus, der Leichnam leblose Materie, Mutterstoff, Hausfrau, schwach, geistlos, willendos, verfügbar. Die angeblich gelungene Beherrschung der Natur, Stoff, Materie, Frau, wurde ab dem Zeitalter der Aufklärung vorausgesetzt. Sie sollte den Weg bereiten für die sogenannte Vervollkommnung bzw. Verwertung der Natur, Frau. Der Raubzug der Krieger sollte erweitert werden, um die Aneignung dessen zu sichern, was die alchemistische Transformation der Welt in einem neuen Reichtum hervorbrachte und bis heute hervorbringt. So kann die Plünderung fortgesetzt werden, durchs Gold, Geld machen, Leben, Waren machen und schließlich Menschen machen oder gar ihren Ersatz. Die Alchemie war der erste Versuch der Ratio, sich durchzusetzen und auch der erste Versuch, das Maschinenprinzip zu formulieren, also die Zerteilung der Welt, das heißt der Mord an ihr und die Neuzusammensetzung der Teile zur Maschine, die von außen mit Energie angefüllt und gesteuert und damit scheinbar belebt wird. Das wäre eine Technikdebatte, die uns die Augen über uns selbst öffnen würde. Das Komische ist, dass dieses Verfahren mit der Welt und dem Leben, das jetzt als Idee ein paar Tausend, als Praxis aber erst zwei bis vierhundert Jahre alt ist, in den Köpfen herumrumort, aber nicht hinterfragt wird. Dazu gibt es im Allgemeinen keine Theorie und keine Auseinandersetzung. Im Gegenteil. Dieses Verfahren wird vorausgesetzt, unbewusst oder bewusst geglaubt, dient als Erklärung und bald vielleicht als Entschuldigung für das, was wir der Welt und dem Leben antun. Denn angeblich schaffen wir auf diese Weise eine alchemistische, nämlich neue und viel bessere, höhere und vollkommenere Welt, eine künstliche Welt, die nach dem Tod der Natur und dann sogar auf ewig endlich möglich sein soll. Dieses Bild von Welt und Natur, Frau und Mann, Leben und Tod müssen wir so schnell wie möglich ändern. Zunächst ginge das dadurch, dass wir vom Glauben an die angeblichen Wunder abfallen und uns neu mit einer lebensfreundlichen, durch und durch irdischen Zivilisation befassen, in der Geist und Materie wieder als miteinander verbunden, nämlich als Verbundenheit alles Seinden gesehen werden. Dazu braucht es ein völlig anderes Naturverhältnis, ein unhierarchisches Geschlechterverhältnis, endlich wieder herrschaftsfreie politische Verhältnisse und ein wieder achtsames Verhältnis zu den Generationen, also zur Zeit. Und auch das Verhältnis zum Transzendenten müsste eine völlig andere Form annehmen, nämlich statt einer patriarchal- monotheistischen eine erdspirituelle, in der die Würde des Lebens auf der Erde sowie diese selbst anerkannt werden. Dahin ist noch ein weiter Weg, wenn er auch von vielen schon beschritten wird. Wir haben zunächst einmal damit zu tun, aus dem Circulus Vitiosus, dem Erbe der Gewalt in Form des Kriegssystems, herauszutreten, damit es uns nicht immer wieder einholt, uns weiter verwundet, schwächt und krank macht, ja umbringt und mit uns Tiere, Pflanzen und andere Lebewesen. Ich habe dazu nichts anderes anzubieten, außer der Bereitschaft, die Ärmel hochzukrempeln, mich zusammen mit anderen an die Verbindung der Wunden zu machen und endlich damit aufzuhören, an dieses System zu glauben.